Ich muss jetzt kurz ausholen. Jetzt kommt Ansage, jetzt kommt wieder mal eine harte Ansage. Alle, die klippen wollen, jetzt ist eure Chance. Jetzt kommt harte Ansage. Ja, Erwin, aber du provozierst schon manchmal. Beleidige mich nicht, ich provoziere immer. Was heißt hier manchmal? Der Punkt ist, ich provoziere nicht. Ich habe einfach nur eine Meinung und Leute können nicht mit anderen Meinungen gut umgehen. Und das Beste, was ihnen einfach einfällt, ist einfach so, cancel den Verbrecher. Ist in Ordnung. Der Punkt ist, ich habe einen interessanten Shift gespürt. Darüber wollte ich reden. Ich habe einen interessanten Shift gespürt während diesem Ukraine-Krieg. Dieser Ukraine-Krieg war etwas so ein Wendepunkt für mich. Nämlich eine Sache, die ich begriffen habe. Ich habe mich sehr lange Zeit als Linker identifiziert. Ich habe gesagt, ich bin ein Linker. Ich stehe zu Linken, ich bin ein Linker, ich bin links. Bin ich noch immer. Es hat sich nicht geändert. Ich bin noch immer links. Was ich aber nicht mehr bin, ist Teil, ich bin nicht mehr Teil der Linken. Das bin ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr Teil der Linken. Ich bin ein Linker, ich bin links, definitiv, keine Frage. Ich habe an meinen Positionen nichts geändert. Ich habe an meinen Positionen absolut nichts geändert. Meine Positionen sind die gleichen wie immer. Die Positionen haben sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt nicht mehr herumlaufe und sage, ich bin für die Linken. Ich bin der Linke von den Linken für die Linken mit den Linken. Das ist nicht mehr, was ich bin. Was ich jetzt bin, ist eine Person, die links ist. Ich gehöre zu keiner Gruppe mehr. Warum gehöre ich zu keiner Gruppe mehr? Nämlich deswegen, also zu den Linken. Deswegen, weil schon in der Vergangenheit es passiert ist, dass dadurch, dass ich zu der Gruppe der Linken gehört habe und vielleicht, ich bin in keiner Partei, nein, fragt euch das mal selber, ob das euch auch passiert ist, ob ihr das jemals bemerkt habt. Und zwar, sobald du dich zugehörig fühlst zu der Gruppe der Linken, musst du plötzlich ihre Ideale vertreten oder musst du nicht, aber du tust es automatisch. Du denkst dir, ich gehöre zu den Linken und die Linken stehen nun mal dafür ein und ich muss jetzt auch dahinter stehen. Das passiert nicht rational, sondern das passiert praktisch automatisch. Das heißt, automatisch stellst du dich schon hin und sagst einfach, die Linken sind nun mal gegen das. Es ist eine Teamdenke, es ist eine Teamdenke. Es ist so ein, die Linken sind nun mal für das, also bin ich auch nun mal für das. Und dann verteidigst du diese Position, auch wenn du sie manchmal nicht gut verteidigen kannst. Versuchst du diese Position zu verteidigen mit Mühe und Not, damit diese Position sozusagen nicht untergraben wird. Wenn die Rechten irgendwelche Positionen von Linken angreifen, dann verteidigst du diese Positionen der Linken, auch wenn sie lost sind. Auch wenn diese Positionen lost sind von den Linken, verteidigst du sie trotzdem irgendwie, weil du musst ja die Gruppe schützen. Du gehörst ja immerhin zu einer Gruppe. Nun, was dann passiert ist, es kommt dann irgendwann zu einem Punkt in dieser Gruppe, wo du vielleicht nicht deiner Meinung bist mit der Gruppe, wo du zum Beispiel eine andere Meinung hast. Und dann erlebst du eine Sache, nämlich die Gruppe steht nicht hinter dir. Zumindest nicht die ganze Gruppe, hinter der du als ganze Gruppe gestanden bist. Die steht dann nicht mehr hinter dir, sondern du stehst dann alleine da. Und das ist der Punkt, wo du dann sagst, okay, das heißt, in dieser Gruppe hier funktioniert das so, dass wenn ich euch zustimme und mit euch mitlaufe als Gruppe, ist alles in Ordnung. Wenn ich mich aber sozusagen euch entgegenstelle und sage, na Gruppe, da gehe ich dir jetzt nicht mit, werde ich aus der Gruppe ausgeschlossen. Da wird einfach gesagt so, na, wir wollen dich nicht in der Gruppe haben, du widersprichst uns. Okay, das ist halt der Punkt, der mich dann dazu gebracht hat, dass ich einfach sage, scheiß auf die Gruppe. Ich bin ein Linker und alle Menschen, die da draußen links sind, sind einfach meine Brüder und Schwestern. Und wir alle sind auf einer Seite, aber wir sind keine Gruppe. Und ich möchte auch keine Gruppe sein, weil ich, keine Ahnung, ich bin ein zu kritisch denkender Mensch, als dass ich in eine Gruppe gehören würde, als dass ich mich zufrieden geben würde damit, dass es eine Gruppenmeinung gibt. Und diese Gruppenmeinung muss ich jetzt vertreten, egal ob ich anderer Meinung bin oder so. Und dieses Denken habe ich hinter mir gelassen und ich möchte jetzt keine Gruppe mehr sein. Ich möchte einfach Erwin sein, ich möchte einfach Proletopia sein. Also Proletopia ist der Kanal, ich bin Erwin und ich rede hier meine Meinung. Ich sage einfach das, was ich denke. Und wenn eine Gruppe sich einfach denkt, ich finde den best, dann finde ich mich all best. Aber erwarte, dass irgendwann in nächster Zukunft höchstwahrscheinlich ich irgendetwas sagen werde, was dir wieder laufen wird und deiner Gruppe. Dass du einfach irgendetwas, dass ich irgendwas sagen werde, wo du sagen wirst, Ah, Erwin war mal cool, Erwin ist nicht mehr cool. Und dann so einen Monat später, Erwin ist wieder cool oder auch nicht, ist egal. Der Punkt ist, es interessiert mich einfach nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr an diese Gruppen anpassen, ich möchte nicht mehr irgendwelche Gruppe zuspielen. Ich möchte nicht mehr Teil einer Gruppe sein, wo ich einfach sage, ich muss etwas sagen, ich darf etwas nicht sagen. Ich muss mich jetzt zurücknehmen, ich muss jetzt aufpassen, ich muss jetzt drauf schauen, ich muss jetzt Verständnis haben, blablabla, damit die Gruppe sich wohl fühlt. Wie muss man sein, damit man sich zur Erwin-Gruppe zugehörig fühlt? Gar nicht. Es gibt keine Erwin-Gruppe. Es gibt einfach, ihr seid einfach Menschen, die gerne hier mit mir chillen und wir chillen einfach miteinander und wir reden miteinander und fertig. Mir ist es scheißegal, zu welcher Gruppe ihr gehört. Ihr gehört zur Gruppe du und ich gehöre zur Gruppe ich und keine Ahnung, wir sind cool miteinander, alles ist keine Ahnung. Du musst Chewappe mögen, Digga. Ja, sowieso. Chewappe-Abuser einfach. Ja, weißt du? Ja. Danke, du sprichst mir aus der Seele. Ja, ich glaube, vielen von euch geht es so wie mir. Deswegen habe ich gesagt, ich muss das mal ordentlich erklären hier. Sollten nicht einfach alle Linken einfach zusammenhalten, so dass wir der Kapitalismus nie enden? Ja, und genau das ist der Punkt. Wir sollten alle zusammenhalten, aber das werden wir niemals schaffen, solange wir einfach in Gruppen sind. Weil Gruppen canceln. Gruppen schließen aus. Gruppen geben Solidarität nur denen, die sich ihnen anpassen. Gruppen sind nicht kritisch. Gruppen sind nicht kritisch. Gruppen sind einfach kritisch allen gegenüber, die der Gruppe widersprechen. Die sind einfach, die sind kritisch gegenüber denen, die der Gruppe widersprechen. Und ich bin halt viel zu sehr ein freier Mensch, der einfach sagt, ich möchte einfach frei denken. Und einfach das reden, was ich denke. Und ich möchte einfach frei darüber reden, worüber auch immer ich reden will, wie ich auch reden will. Ich will einfach ehrlich sein. Ich will einfach sagen, sozusagen, was ich denke. Und ich wünsche mir von den Menschen, wir müssen uns vereinigen und nicht gruppieren. Richtig. Nicht gruppieren, vereinigen. Weil Gruppen sind ausschließend. Und alle Gruppen sind ausschließend. Es ist einfach, gehörst du zu uns oder nicht? Ja, alle gehören zu allen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle links, wir gehören alle zueinander. Fertig. Es gibt da nicht so, ja, aber du gehörst zu dieser Gruppe. Ja, ist mir egal, dann gehörst du halt zu dieser Gruppe. Dann gehörst du Shit. Ja, und es ist wie Kenny West gesagt hat, jeder Kenny West-Fan ist kein Fan von Kenny West, sondern ein Fan von sich selber. Der ist gut. So, vereinigen, nicht gruppieren. Und ich mag das einfach nicht, dass diese Gruppen gegen Gruppen sind. Wo der Unterschied zwischen gruppieren und vereinigen ist, vereinigen bedeutet einfach, wir sind solidarisch miteinander gruppieren. Das heißt, wir sind nur sozusagen mit denen gemeinsam und solidarisch, die der gleichen Meinung sind. Und für mich ist das einfach so, nein, du kannst anderer Meinung sein, ich akzeptiere dich trotzdem. Es ist alles in Ordnung. Okay? Blau Passiv mit der Regenbogenfaust in dem neunten Monat. Kuss an dich, Blau Passiv. Danke für neun Monate. Neun Monate Unterstützung. Dankeschön. Dieser Kanal ist schon im zehnten Monat. Wo sind meine Kinder? Im zehnten Monat. Ja, okay. Der Punkt ist, Ansammlungen von Gruppen waren für ein paar Monate verboten. Wir haben zu danken. Nein, dankeschön. Danke. Wo spielst du eigentlich Heldendring? Nein. Wann gebärt der Kanal endlich? Ja, genau. Siehst du, und das ist der Punkt. Das ist das, was ich meine. Und ich denke einfach so, ich will mich nicht mehr da mitziehen lassen. Und ich empfehle euch auch, lasst euch da nicht mitziehen. Wenn einfach linke Scheiße reden, dann stellt euch hin und sagt einfach, seid nicht so, wie ich war, dass ich mich hinstelle und sage, hier reden linke Scheiße. Ich habe ja zum Beispiel Imp damals kritisiert, ich habe zum Beispiel Imp kritisiert die Öffentlich-Rechtlichen und ich sage, ah Imp, musst du die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, das spielt doch den Rechten nur in die Hände. Das spielt doch den Rechten nur in die Hände, dass du jetzt da irgendwie erzählst, dass irgendein öffentlich-rechtlicher Funk-Kanal irgendwas total lost ist. Das spielt doch nur den Rechten in die Hände. Und Imp hat zu mir gesagt, ist mir doch scheißegal, wenn sie Scheiße reden, reden sie Scheiße, da kritisiere ich sie. Habe ich zu ihm gesagt, ja, aber schau mal, du verstehst nicht einfach so, kritisiere sie halt nicht, lass ihnen das durchgehen. Ja, warum sollte ich? Ja, ich weiß nicht, einfach so, um die Rechten zu schwächen, einfach so zu sagen, keine Ahnung, nicht noch mehr Feuer für die Rechten zu liefern. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, aber liefern wir ihnen nicht Feuer damit, indem wir so tun, als wäre alles in Ordnung. So liefern wir ihnen nicht eigentlich Material, indem wir das nicht kritisieren, was offensichtlich blöd ist und nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es geht da um Positionierung und Politik. Na, geht das nicht. Es geht einfach darum, kritisieren einfach das, was falsch ist. Fertig. Okay? Die Linke endgültig auf Verteidigungspositionen zurückgezogen. Ja, absolut. Und das ist einfach so, nein, nein, nein. Nein, ich kritisiere jetzt, was ich kritisieren will. Wenn ich Rai Kandas oder Funk oder irgendwelche Leute kritisiere oder Böhmermann kritisiere oder die Anstalt habe ich letztens kritisiert, dann mache ich das einfach. Ich kritisiere, was ich kritisieren will. Ich kritisiere auch Rechte. Ich kritisiere alles Mögliche. Alles gut. Ich kritisiere das gerne. Weil alle gehören kritisiert. Ihr könnt mich auch kritisieren. Alle werden kritisiert. Alles in Ordnung. Und sich einfach hinzustellen. Und das ist auch der Punkt, warum Linke zum Beispiel ganz schlechte Argumente haben. Also keine Argumente haben. Sorry. Einerseits haben wir Linken alle Argumente auf unserer Seite. Eigentlich ist unsere Seite extrem based. Und das wissen wir alle. Wir haben Argumente für sehr viele Sachen, wo wir einfach sagen, so die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Wir stehen eigentlich ganz gut positioniert. Wir könnten eigentlich dafür argumentieren. Nur, können wir das nicht machen, weil Gruppenzwang. Erstens, wir sind so von dieser Gruppe besessen, zu der wir gehören, der Linken, dass wir überhaupt nicht mehr auf Argumente gehen, sondern auf Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, wenn jemand irgendeinen Scheiß redet, gehen wir nicht hin und sagen einfach so, okay, du redest scheiße, setzen wir uns kurz hin. Dann diskutieren wir das aus. Ich erkläre dir, warum du scheiße redest. Das stimmt einfach nicht. Nein. Die Gruppenzugehörigkeit sagt das nicht. Die Gruppenzugehörigkeit sagt, nein, du darfst nicht mit dem reden, der gehört nicht zu unserer Gruppe. Das ist der Nazi. Mit dem darfst du nicht reden. Und ich meine nicht echte Nazis. Mit echten Nazis müsst ihr ja nicht unbedingt reden. Ich rede von einfach, keine Ahnung, Menschen, die halt eher rechts sind. Und die sind aber so Nazis. Mit Rechten redet man nicht. Doch, ich rede schon mit Rechten. Und das ist für mich ein Problem. Wenn das Argument ist, ich rede nicht mit dir, weil du bist ein Nazi oder du bist ein Rechter oder du bist ein Konservativer, mit euch rede ich nicht. Warum? Hast du die besseren Argumente oder nicht? Es ist kein Argument einfach zu sagen, du gehörst nicht zur Gruppe, mit dir reden wir nicht. Was ist das für ein Ausschlussverfahren? Du gehörst nicht zur Gruppe, deswegen wirst du ausgeschlossen? Das ist sehr Gruppendenke, aber ich fühle mich da nicht wohl. Ich fühle mich da nicht wohl, Leute auszuschließen. Und da war ich schon immer so. Und dafür habe ich sehr viel Shit abgekriegt. Das ist für mich einfach ein Problem. Die ganze Wissenschaft spricht einfach dafür, links zu sein, verstehen wie man nicht links sein kann. Ja, 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 aber ich sage ja, die Leute argumentieren nicht mit der Wissenschaft, sondern mit der Gruppenzugehörigkeit, dass sie sagen, ich diskutiere gar nicht die Wissenschaft, weil die gehören nicht zur Gruppe. Ja, aber damit machst du die Gruppe immer kleiner. Ich verstehe nicht. Ja, wir sind bei 4,9 Prozent. So, ja, wem wundert's. Verstehst du? Und es geht immer in diese Richtung. Da diskutiere ich nicht. Na, na, na. Mit dem rede ich nicht, weil hast du gesehen, mit wem er sich aufhält. Mit dem rede ich nicht, weil du hast gesehen, was er gepostet hat. Mit dem rede ich nicht, weil du schon was er gemacht hat. Auf dem Server bin ich nicht, weil da sind Leute einfach, die widersprechen. Dort zu diesem Stream gehe ich nicht, den Like gehe ich nicht, weil dieser Mensch spricht etwas, wo ich nicht 100 Prozent einverstanden bin. Auch wenn er auf der gleichen Seite ist, aber und, 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 und. So, es geht die ganze Zeit dorthin. Es wird einfach nicht mehr geredet, sondern es wird nur die Gruppenzugehörigkeit als Argument gebracht. Gehörst du zur Gruppe oder nicht? Das ist das einzige Argument, was zählt. Und deswegen gibt es dieses Argument, was ich in früheren Diskussionen auch oft gebracht habe, was total lustig ist. Ich habe das damals nicht verstanden. Komplett lustig ist das Argument. Jemand sagt einfach so, ja, ich denke, wir sollten keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Und du sagst, oh, du bist ein Rechter, alles klar. Für alle, die sozusagen auf der linken Seite sind und zur Gruppe gehören, heißt das einfach so, ja, voll, das ist ein Rechter, der gehört nicht zu uns. Gutes Argument, du bist ein Rechter. Aber dann in Wirklichkeit, wenn du dir das anschaust, das ist kein Argument. Reden wir doch darüber, ob wir mehr Flüchtlinge nehmen oder nicht nehmen. Reden wir nicht darüber, ob du rechts bist. Du bist halt rechts. Okay, scheiß drauf, das ist kein Argument. Das ist ein Ad hominem. Das ist ein Ad hominem Argument. Das ist ein Ad hominem Argument. Du sagst nicht, nein, Flüchtlinge können wir ruhig aufnehmen, das ist nicht das Problem. Es gibt einen Krieg in diesem Land, blablabla. Das kann man alles argumentieren, das ist nicht der Punkt. Aber argumentiere halt, sag nicht einfach so, mit dir rede ich nicht. Verstehst du? Ja genau, es gibt ja auch einen gruppenspezifischen Code, was und wer zur Gruppe gehört, wer nicht, wann man wie reagiert. Richtig. Und es gibt so, und bei den Linken, in der Gruppe der Linken, was immer das ist, das kann man auch so nicht definieren, da fliegen Leute ständig raus und kommen rein. Wenn man reinkommt in diese Gruppe, ist das Erlernen, wie reagiert man richtig in welcher Situation. Das ist für mich dumm. Das ist für mich absolut verblödend. Das ist unglaublich verblödend. Das ist auch zum Beispiel, warum die Rechten sich irgendwann hinsetzen und sagen so, Öffentlich-Rechtliche verbreiten Scheiße. Und die Linken stellen sich hin und sagen, nein, du kannst nicht einfach gegen die Öffentlich-Rechtlichen sein. Du kannst nicht gegen die Öffentlich-Rechtlichen sein. Warum nicht? Warum nicht? Soll ich den Rechten überlassen, dass sie die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren? Ich kann sie auch kritisieren, schau zu. Schau zu, ich habe auch sehr viel zu sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Öffentlich-Rechtliche haue ich in den Müll, Alter. Besser als du. Konkurrieren wäre, wer sie besser debanken kann. Ich helfe dir, kein Problem. Alles gut. Jemand redet Scheiße, redet Scheiße. Okay, ist in Ordnung. Nein, du darfst das nicht kritisieren. Da und da haben zum Beispiel irgendwelche BLM-Proteste, haben irgendetwas gemacht, verteidigt die BLM-Proteste auch, wenn sie Scheiße bauen. Nein, nein. Ich bin pro BLM, aber wenn sie Scheiße bauen, dann bauen sie halt Scheiße. Wieso verteidige ich ihre Scheiße? Das verstehe ich noch nicht. Aber nein, du kannst das doch nicht der Rechten. Die Rechten kritisieren sie. Da schüttest du nur Benzin in ihr Feuer. Nein. Nein. Weißt du? Das ist einfach, na, wenn es was zu kritisieren gibt, werde ich das kritisieren. Wenn es nichts zu kritisieren gibt, dann nicht. Und diese Gruppenzugehörigkeit, die danach entscheidet so, hast du das Richtige gesagt oder hast du das Falsche gesagt? Hast du dich an die Regeln gehalten? Die Regeln sind nicht formuliert, die stehen irgendwo, aber die kennst du. Und wenn du sie nicht kennst, wirst du sehr schnell zurechtgewiesen. Es wird sofort gesagt, lösch das. Lösch das. Toxische Loyalität, ja. So, lösch das. Sag das nicht mehr. Warum hast du das gesagt? Pass auf, du hast dieses Wort verwendet. Du hast das gesagt. Du hast diesen Post geshared. Du hast das gemacht. Du hast das gemacht. Entschuldige dich. Bewege dich. Stell dich hin. Relativiere. Warte mal, warum soll ich mir das von dir geben lassen? Wer bist du? Über was reden wir hier? Wer bist du? Warum kommst du mit solchen Anträgen zu mir? Wer zum Teufel bist du? Was willst du mir hier erklären? Dass ich mich an ein ungeschriebenes Gesetz halten muss, wie ich mich zu positionieren habe, wenn ich zu dieser Gruppe gehöre. Okay, da gehöre ich nicht mehr zu dieser Gruppe. Was sagst du davon? Und ich positioniere mich nach der Wahrheit. Also, was ich für die Wahrheit halte zumindest. Und das ist jetzt auch so zum Beispiel ein Punkt. Erste Reaktion eines normalen Linken, der so denkt in der Gruppe, wird sein, die Wahrheit. Alles klar. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Wie einfach jeder deiner Streams zu einem Cancel Culture rennt wird? Ja, weil ich mich sehr viel beschäftige damit. Ich denke gerade sehr viel darüber nach und ich gebe euch einfach, was ich mir denke. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das alle begreifen. Ich lerne dazu und ich möchte das, was ich lerne, euch weitergeben. Ich möchte, dass ihr mal darüber nachdenkt. Weil ich glaube, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, mache ich diese Erfahrungen viel stärker als ihr. Weil ich permanent an irgendwelche Leute stoße, die mit mir umgehen, auch wenn ich nicht will, dass sie mit mir umgehen. Das heißt, sie erlauben sich, mit mir umzugehen, weil ich halt in der Öffentlichkeit bin. Dadurch lerne ich Dinge. Und dann möchte ich sozusagen euch das weitergeben. Und ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die das nicht nachvollziehen können, weil sie sagen, also ich mache die Erfahrung nicht. Ich weiß. Das ist auch, weil du nicht in der Öffentlichkeit stehst. Deswegen machst du die Erfahrung nicht. Stell dich in die Öffentlichkeit für ein halbes Jahr, ein Jahr und dann reden wir nochmal, welche Erfahrung du machst. Verstehst du? Nein, Brony, schau mal. Das Problem ist einfach so, sich hinzustellen und zu sagen, George Floyd war ein Verbrecher, ist sehr undifferenziert und non-based. Dieser Mensch wurde getötet. Dieser Mensch wurde ermordet und einfach sich hinzustellen und zu sagen, er ist ein Verbrecher, ist einfach respektlos. Er hat so den Anschein, als würdest du, damit rechtfertigen oder relativieren, dass er umgebracht wurde. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist einfach so ein bisschen differenzierter sein, wäre gut. Ja, ich schieße so viel gegen Linke und mache so einen rechten Eindruck. Ja, das ist so ein anderer Punkt. Das ist so ein anderer Punkt. Ich schieße gegen Linke und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das interpretierst. Entweder schieße ich gegen Linke, weil ich die Linken zerstören will, oder ich schieße gegen die Linke, weil ich die Linken besser machen will. Das ist halt die Frage, was ich hier tue. Und ich glaube, ich möchte die Linke besser machen. Also ich glaube es nicht, ich weiß es. Ich möchte die Linke besser machen. Viele Linke werden das nicht so empfinden. Ich zitiere Erwin von einem halben Jahr, ich werde Linke nicht mehr kritisieren, siehst du. Wie Sarah Wagenknecht, ich bin einfach falsch gelegen. Es ist einfach, die Linken bauen einfach so viel Scheiße da draußen. Nicht die Linken, wer sind die Linken? Jetzt werden natürlich die Vita Leute hinstellen und werden sagen, wer ist die Linken? Ich kenne Linke, die sind nicht so. Das weiß ich schon, du weißt schon, wenn ich meine. Nicht die, die nicht so sind offensichtlich. Der Punkt ist, ich möchte, dass es der Linken besser geht. Und so wie die Linke jetzt ist, ist sie einfach nur lost. Vollkommen lost. Es ist nicht so viel falsch. Die Linke hat sich so eingeschossen auf so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl und alle auszuschließen, die nicht zur Gruppe gehören und alle, die zur Gruppe gehören, zu überwachen praktisch so, ob sie eh nichts Falsches machen, ob sie eh nichts Falsches sagen, ob sie eh nichts Falsches tun, ob sie eh nichts Falsches anmerken, ob sie eh nichts Falsches denken. Lass das, das ist toxisch. Das ist einfach toxisch. Lass doch einfach Menschen, Menschen sein und denken, was sie denken und kommunizieren mit ihnen. Und die Linke hat nichts außer die Gruppe, leider. Ja, aber sie verliert alles, weil sie nur die Gruppe hat. Wir müssen uns von der Gruppe lösen. Wir müssen uns von der Gruppe lösen als Linke, damit wir endlich Solidarität miteinander erfahren können. Weil jetzt sind wir mit der Gruppe solidarisch, nicht mit den Menschen. Wir müssen aber solidarisch mit den Menschen sein und die Gruppe einfach auflösen. Es gibt keine Gruppe. Es gibt nur Menschen. Das ist alles. Denkst du, wir werden das Ende des Kapitalismus noch erleben? Wenn du sehr viel Glück hast. Also, wenn du sehr viel Glück hast, dass du das Ende des Kapitalismus überlebst. Ich glaube, das Ende des Kapitalismus wird so 80% aller Menschen das Leben kosten. Das ist, was ich glaube. Das ist sehr pessimistisch. Ich glaube das aber. Ich glaube, der Kapitalismus wird nicht gehen, ohne dass sehr viele Menschen draufgehen. Wie auch immer. Also, durch Naturkatastrophen, durch Kriege, durch, keine Ahnung. Das ist, was ich glaube. Ich glaube, am Ende bleiben nur noch sehr wenige Menschen auf diesem Planeten, wenn der Kapitalismus mal so verbrannt ist. Ja, Leute, deswegen, ich hoffe, ihr habt mich, ich hoffe, ihr versteht mich. Die Sache ist, who's with me? Who's with me? Wer von euch sieht es so wie ich, wer sieht es nicht so wie ich? Wer sagt, ich rede scheiße? Und da stimmt nicht, was ich sage. Das würde mich interessieren. Das würde ich einfach gerne wissen. Einfach so, um so ein Bild zu haben. Wir können auch gerne eine Abstimmung machen, wenn ihr es geheim haben wollt. Machen wir eine Abstimmung. Du redest keine Scheiße, deshalb lasst du jetzt wieder Teil der Gruppe sein. Danke. Danke. Bullshit wie immer, 50-50, okay. Ich habe nicht richtig zugehört, kannst du das nochmal wiederholen. Ich sehe es so wie du, meine Einzel anders, aber ist schon wurscht. 70-30, ja, okay. Da ich nicht zu einer Gruppe, siehst du, okay. Gut, ist gut, ist gut. Danke, Bassband. Dankeschön. Ja. Mel ist auch 100 Prozent dabei, cool. Stimmt ja zu, meine linken Professorinnen waren auch so drauf, dass man mit Rechten nicht reden darf und man müsse eine bestimmte Meinung zu bestimmten Themen haben, obwohl ich dagegen argumentiert habe, dass man nicht immer eine bestimmte Meinung haben kann zu bestimmten Themen, weil die Themen meistens von mehreren Perspektiven betrachtet werden müssen. Ja, weil sonst ist es einfach Dogmatismus. Sonst bist du einfach ein Dogmatiker. Ich bin Gruppe Erwin. Was ich nachvollziehen kann, bin ich zu circa 95 Prozent bei dir. Ja, siehst du, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ihr müsst nicht 100 Prozent mit mir übereinstimmen. Okay, da ist der Punkt. Erwin ist der einzige Stream, wo ich bei 70 Prozent nicht zustimme, aber ich gerne schaue. Scheiße, du stimmst mir eh zu. Wäre es schon toxisch, wenn man zu Team Erwin gehören will? Na, toxisch wäre es nicht. Toxisch wäre, wenn plötzlich so eine Gruppe entstehen würde und wenn du Erwin widersprichst, dann gehörst du nicht mehr zur Gruppe. Das wäre nicht gut. Ich denke, es erklärt viel, dass aus der Gruppenbildung auch eine Anspruchshaltung der Gruppenmitglieder untereinander entsteht, gerade in Bezug auf die letzten Wochen. Ja, diese Wochen hier, die letzten Wochen haben mir sehr viel beigebracht und das ist das, warum ich gesagt habe, ich schere das mit euch. Ich schere das mit euch. Genau deswegen. Weil, keine Ahnung, wir wachsen gemeinsam. Ich rede Scheiße, ihr kritisiert mich, ich kritisiere euch, ich beschimpfe euch, ihr flieht aus dem Chat. Ich laufe euch hinterher und beschimpfe euch auf dem Discord und dann flieht ihr vollkommen von mir und dann kommt ihr zurück und sagt, fick dich, du Wichser. Und ich sage, okay, jetzt reden wir Klartext. Was ist, warum läufst du weg, Alter? Und dann sagst du, ja, ich will keine Probleme. Und ich sage, du wirst keine Probleme, aber willst den Kapitalismus abschaffen, wir hier geblieben, wir diskutieren das jetzt aus. Ich habe nie zu einer Gruppe gehört und deswegen habe ich fast komplett dieselbe Meinung wie du. Ich hatte so eine Diskussion mit einem Ultralinken und für ihn war ich rechts, weil ich ihn kritisiert habe. Ich bin zu 99 bei dir. Kann dich gut nachvollziehen. Geht mir auch so. Ich wollte auch noch nie zu einer Gruppe gehören. Ich kann das nicht. Danke für die Schere. Ehre, dass du scherst. Ja. Ja. Und ja. Ich habe die letzten Tage rigoros Kanäle ausgemistet. Proletopia bleibt. Das freut mich. Das freut mich. Ja, es ist einfach, keine Ahnung, das war bei Ukraine jetzt so. Natürlich wäre es für mich, man hat mir auch empfohlen, zuerst red nicht darüber, warte ein paar Tage. Oder schau mal her, wie alle sind auf dieser Seite. Wir Linken haben uns schon positioniert, wir müssen jetzt ein bisschen Unterstützung geht es, irgendein Seltsam ist da relativieren, macht keinen Sinn. Nein, Mann, schau, ich habe was zu sagen. Und ich sage das nicht, ich sage das nicht deswegen, weil ich irgendwelche Punkte machen will, sondern ich sage das fucking, weil ich das denke. Wenn es nicht stimmt, dann widersprich mir halt. Ja, wir sind Proleten, genau, wir sind fucking Proleten, that's it. Und wir sind einfach fucking Proleten. Nicht der, wie uns Proleten, einfach fucking Proleten und alles gut. Verstehst du? Ja, genau, wir Linken haben, ja, wir Linken. Danke, Snurz, ich war kleiner als drei. Ja, die Share geht immer weiter auseinander. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Wir haben natürlich dieses Problem, ja, dass, was du gesagt hast, ja, dass sobald wir die Gruppe irgendwie in irgendeiner Form kritisieren, ja, oder Unterschiede, Meinungsverschiedenheit, verschiedene Sensibilitäten und so, das halten wir nicht aus. Und das ist einfach so, wir müssen das aushalten lernen. Es ist jetzt hier, das ist unsere Chance, zu sagen einfach, du widersprichst mir, du bist nicht meiner Meinung, ich reg dich auf, lerne das auszuhalten. Das ist wichtig, weil nicht wegen mir, sondern wegen dir. Weil schau mal, wenn du mich schon nicht aushältst, Alter, dann machen dich die Rechten fertig, Alter. Dann machen dich die Rechten, dann machen dich die Kapitalisten, diese ganzen Leute, die machen dich fucking fertig. Wenn du schon mich nicht aushältst, dann kommst du nirgendwo hin, Alter. Ich bin noch sehr moderat. Wenn du mal Rechte triffst, dann, was machst du, du knickst komplett ein. Und die machen sich auch schon lustig, die sagen, die Linken knicken immer ein, wenn sie uns treffen. Ich knicke fucking nicht ein, aber die Leute um mich herum knicken ein. Aber das tut mir leid, aber das werden wir ändern. Das Schöne an Erwins Twitter ist, ich finde immer Leute, wo ich mich biefen kann, weil sie bei Erwin Sachen aus dem Kontext reißen, ist unterhaltsam. Und du verteidigst mich da draußen, danke. Kontaktschuld tötet, by the way, absolut. Kontaktschuld ist lost. Kontaktschuld ist fucking lost. Kontaktschuld ist so lost. Das ist so lost. Das ist kein Argument, einfach so. Du hast den geliked. Ja, ich like ihn nochmal. Was willst du? Wer bist du einfach? Dass du herkommst und einfach so, habt ihr gesehen, wen er ihn geliked hat? Warte, ich like, wen ich will. Verpiss dich einfach. Was redest du mich an von der Seite? Wer bist du? Was glaubst du, was für eine Instanz du bist? Und dann hast du so lauter Linke, die sich erheben zu den Beschützern der Gruppenmoral und der Gruppenzugehörigkeit und der Gruppen. Erwin, du verschreckst Leute. Die kommen ständig zu mir so. Erwin, du verschreckst Leute. Nein, nicht ich verschrecke Leute. Nicht ich verschrecke Leute. Nein, die Leute sind verschreckt. Ich verschrecke niemanden. Ich sage nur meine Meinung. Wenn dich meine fucking Meinung verschreckt, dann denk dir mal, was ist los mit dir? Kannst du andere Meinungen nicht aushalten? Kannst du dich nur wohlfühlen und überleben, wenn alle deine Meinung sind? Wow. Du wirst ein unglückliches Leben führen. Du wirst ein fucking unglückliches Leben führen, wenn einfach alles, was du aushalten kannst, einfach deine Meinung ist. Alter, wirst du ein unglückliches Leben führen, weil, glaub mir, das Leben wird daraus bestehen, dass Leute nicht deine Meinung sind. So, um was geht's? Verstehst du? So, come on. Und dann einfach so, weg mit dem, weg mit dem. Der redet die ganze Zeit Sachen so. Cancel wir den. Weg mit dem. Ja, was ist mit dir, Alter? Schweig. Ja, genau. Du wagst es, an meinem Gruppenbild zu rütteln. An meinem Dings, ja. Und da wird immer so eine Gruppenzugehörigkeit gehalten. Ah, verschreck dich nicht, sei ein bisschen netter zu denen. Du musst die. Es ist immer so, von den Linken so, diese Kritik, wenn sie zu mir sagen, das ist mir wirklich oft passiert, wenn sie zu mir sagen, Herr Winn, du musst vorsichtiger mit den Leuten umgehen. Warum? Soll ich sie einlullen, oder was? Soll ich wie in der Werbung sein? Soll ich sie einfach einlullen und ihnen einfach die Eier kraulen, damit sie einfach mein Produkt kaufen, oder was? Bin ich deswegen hier? Bin ich deswegen hier, damit ich einfach Leuten sozusagen die Eier kraule? Ist das einfach meine Aufgabe, damit ich einfach davon profitiere, Menschen die Eier zu kraulen? Das ist alles. Das ist fucking alles. Dafür bin ich da. Das ist mein ganzer Punkt, warum ich einen Kanal habe. Damit ich einfach hier kann, welchen Leuten das gebe, was sie hören wollen. Da brauche ich keinen Kanal, geh weg. Was mit dir? So, das ist super Lust. Und es erscheint so, als würden mir diese Leute empfehlen, so manipuliere die Leute ein bisschen mehr. Willst du die Leute nicht ein bisschen mehr manipulieren? Du siehst doch, dass sie rational sind. Du siehst doch, dass sie nicht mitkommen. Du siehst doch, dass sie nicht andere Meinungen hören wollen. Bedien sie doch ein bisschen, da wirst du mehr Follower haben. Digga, wenn du so ein Mensch bist, wenn du so ein Mensch bist, dass du einfach nur Follower bist, weil ich sage, was du schon denkst. Alter, follow mir nicht. Geh weg einfach. Geh weg, Alter. Follow mir nicht. Genau, die Wortwahl. Die Wortwahl. Genau. Alter, lass mich in Ruhe, Alter. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, das nennt man Windradl. Ja. Die Fahne im Wind, ja. Es ist einfach so, lass mich in Ruhe, Mann. Ich habe einfach meine Meinung und ich hoffe, du hast deine Meinung und ich hoffe, wir können so, ja mach halt. Ja, aber das ist der Punkt einfach so. Du hast total harte Worte verwendet in deinem letzten Stream. Ja, ich werde in diesem Stream noch härtere Worte verwenden. Was hättest du davon? Wieso hältst du Worte nicht aus? Es gibt da draußen Menschen, die haben nichts zu essen und du hältst Worte nicht aus? Es sind Worte. Es sind einfach fucking Worte. Es sind Worte. Worte, es ist chill. Ja, ich weiß. Es gibt Worte, die sollte man nicht verwenden, tue ich auch nicht. Aber chill einfach. Es sind fucking Worte, chill. Ja, aber du, Erwin, du hast gesagt, alle Linken, die Linken, Erwin, du hast gesagt, die Linken sind lost. Ich kenne Linke, die sind nicht lost. Ich bin der Linker, der nicht lost ist. Ja, da bist du nicht gemeint. Müsste ich nicht in alles ein, ey. Was möchtest du dich einfach fucking in alles ein? Wer redet über dich? Und dann kommen diese gleichen Leute zu, Erwin ist ein Narzisst. Ja, wie hat Dings gesagt, Oscar Wilde, Narzissten sind Leute, die so unverschämt sind, dass sie sich mehr um sich selbst, mehr für sich selbst interessieren als für mich. Ja. Das ist einfach genau das. Ja. Das ist genau das. Einfach genau das. So. Ja. So. Komm mal einfach, geh weg. Hör auf. Hör auf. So. Ich bin der Narzisst, aber jedes Mal, wenn ich sage, die Linken gehen mir am Sack so, der meint bestimmt mich. Ja, genau. Alles dreht sich um dich. Alles dreht sich um dich. Ich komme hier. Das war wirklich ein Unterhaltungsding. Das war, wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an. Absolut. Es war wirklich schon ein Vorwurf an mich. Ja, genau. Du redest über meine Gruppe, also über mich selbst. Ja, ja, genau. Das ist so schon wieder dieses Gruppendenken. Das ist total lost. Es war wirklich schon ein Vorwurf von mich, dass man gesagt hat, Erwin, pass auf, du kannst so nicht reden. Weil, wenn du sagst, die Linke werden sich alle denken, so bin ich vielleicht gemeint und dann sind sie angepisst und dann gehen sie weg. Warum bist du angepisst? Ich check das nicht. Weil ich einfach verallgemeinert habe. Erwin, du kannst nicht verallgemeinern, du musst differenzieren. Nein, muss ich nicht. Differenzier doch selber, während du zuhörst. Differenzier doch selber. Ja, aber Erwin, verstehst du nicht, dass das vielen vor den Kopf stößt? Ja, aber dann lüfte deinen Kopf. Es tut mir leid. Dann posiziere deinen Kopf woanders hin. Ich kann dir nicht helfen. Was willst du von mir? Warum muss ich mich ändern, damit du dich wohlfühlst? Stell dich woanders hin, wenn du dich nicht wohlfühlst. Wieso muss ich mich woanders hinstellen, dass du dich wohlfühlst? Ich verstehe das nicht. Aber das ist einfach wie die Linken an das Ganze rangehen. Der steht nicht dort, wo ich mich wohlfühle. Guess what? 95% Deutschlands stehen nicht dort, wo du dich wohlfühlst. Das ist ja das fucking Problem. Vielleicht stehst du einfach an irgendwo einer scheiß Stelle, wo du dich nicht wohlfühlst. Vielleicht solltest du deinen Platz wechseln. Okay? Ein bisschen ja. Was mich auch fett an diesen Bubbles stört, ob links oder rechts, sind diese Moralapostel, die dir hinterrück sofort Lebens geben, wenn man ihrer Vorstellung nicht entspricht, anstatt man mit uns Betroffenen selbst direkt zu fragen, was wir mit unseren Handlungen bezwecken. Sehr oft kommt dann, oh, das hätte ich von dir nicht erwartet, im negativen Sinne. Ja, voll, voll. Es ist diese Enttäuschung. Weißt du, einfach geschluckt habe in den letzten Monaten. Also, Erwin, ich hätte dich für differenzierter gehalten. Also, Erwin, ich hätte dich für gebildeter gehalten. Oh, Erwin, ich hätte dich für netter gehalten. Oh, Erwin, ich hätte dich für linker gehalten und für Alter, hör auf mich zu halten. Ich kann selber stehen. Du brauchst mich nicht halten. Halt dich selbst. Bro, halte dich einfach selbst. Halte dich selbst. Und halt die Papen einfach. Hör auf, mich zu halten einfach. So, weißt du? Bitte hör auf, mich zu halten. Was hältst du mich? Ja, ich halte dich schon aus. Du brauchst mich nicht aushalten, Alter. Wenn ich dir zu hart bin, geh einfach woanders hin, wo es ruhiger zugeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, willst du dich einfach unterhalten? Bist falsch bei mir. Ich rede über sehr konkrete, sehr kontroverse Themen und habe sehr kontroverse Positionen und möchte zum Umdenken bewegen. Alter, wenn du Ruhe willst, bist du hier am falschen Kanal. Hier gibt es keine Ruhe. Hier gibt es eine Kritik nach der anderen, ein Problem nach dem anderen. Wir sind Problemlösungsmaschinen. Agieren wir als solche. Manchmal denke ich, wenn Proletopia ein Rechter wäre, würde trotzdem die Rechten kritisieren, wie er als Linker die Linken kritisiert. Absolut. 100 Prozent. 100 Prozent. Absolut. Und das ist der Punkt, warum ich sage, ich möchte nicht mehr zu dieser Gruppe der Linken gehören. Damit meine ich nicht, dass ich zu den Rechten gehe offensichtlich. Ich bin links. Was soll ich machen? Ich bin links. Ja. Darf ich dich halten? Kannst du mich einrahmen und mich einfach so in der Hand halten? Ein Selfie damit machen und es mir schicken. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ich mag diese Verweichlichung bei den Linken nicht. Diese so, oh, du redest was, was mir nicht gefällt. Oh, Erwin, du hast etwas erzählt, wo ich mir denke, das geht zu weit. Oh, Erwin, du warst zu laut. Oh, Erwin, du warst zu kritisch. Oh, Erwin, du hast geschrien. Oh, Erwin, du warst zu aufgeregt. Alter, lass mich in Ruhe. Das ist, wie ich bin. Es gibt einen Moment, da rede ich einfach ruhig. Es gibt einen Moment, da rege ich mich auf. Es gibt einen Moment, keine Ahnung, rede ich scheiße. Guess what? Ich kann auch scheiße reden. Und dann entschuldige ich mich zwei Tage später. Alter, lass mich in Ruhe, ich bin ein Mensch. Weißt du? Und das ist einfach wichtig. Ich glaube, das ist so, worauf ich hinaus wollte. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, ihr versteht mich ganz gut, worüber ich rede. Warte mal, da gab es einen Kommentar, den wollte ich, oder da gab es zwei, drei Kommentare von Kurandur, die habe ich nicht. Dings. Linkes Denken beziehungsweise progressiv sein heißt doch, dass man dazu lernt. Wenn alle blind annehmen, dann sind das die nächsten Konservativen in 50 Jahren. Absolut. Das ist das, was man heute linkskonservativ nennt. Ich fühle mich in Punkten auch meist nur sicher, wenn ich weiß, ich kann diesen verteidigen oder gar andere überzeugen, ansonsten lebe ich ja in Angst. Ja. Unser Narzisst. Glaubst du an Außerirdische? Ich gehe davon aus, dass es Außerirdische gibt, ja. Ich glaube nicht, dass alles Leben in diesem Universum nur auf der Erde existiert und falls so ist, ist es das schrecklichste Universum, was jemals existiert hat. Wenn wir, die einzige Spezies, also die einzige planetbeherrschende Spezies in diesem Universum sind dann Gute-Nacht-Universum, dann bist du einfach das Losteste, was jemals existiert hat. Jemals. Ever. Irgendwo. So fucking lost kann man nicht sein, dass nur wir existieren. Bitte nicht. Sprich mal mit Bachelor of Bull, Akaselli, mit dem habe ich ja eh schon zweimal geredet. Ja. Der stimmt dir nicht zu, mit dem, was du sagst. Ja, wir können gerne reden. Wenn er Bock hat zu reden, darüber kann er gerne vorbeikommen. Sally ist sowieso Freund und der kann jederzeit vorbeikommen. So, ich meine, es gibt eine Menge Galaxien. Hey, du, wir sind ein Staub. Wir sind ein Staubkorn im Universum. Wir sind nicht mal ein Staubkorn. Wir sind einfach so klein. Wir sind gar nichts. Und zu glauben, dass wir die Einzigen sind. Warum? Warum? Das Universum baut auf Fraktalen auf. Das heißt, darauf, dass sich Systeme immer wieder wiederholen, in ähnlichen Zuständen. Warum nicht auch leben? Was? Das ergibt nur Sinn. Da wäre das Weltall eine Menge Platz verschwinden. Absolut. Das ist der Punkt. Ja. Ich könnte dir auch vorstellen, dass die Planeten einfach nur Atome von dem größeren Wesen sind. Ja, das ist eine Theorie, aber glaube ich so nicht. Ich glaube, dass das Universum ein Perpetuum mobile ist, aber gehen wir nicht dorthin. Das, was ich zu den Linken sagen wollte und haltet euch von Gruppen fern, geht nicht auf diesen, auf diesen Scheiß ein. Wir sind so klein und ein Staubkorn und die linke Twitter-Bubble regt sich auf, wenn ich mein Auto in der Innenstadt parke, ohne Scheiß. Das ist einfach so irgendwas. Und vor allem diese linke Bubble, die sich darüber aufregen, sind auch Leute, deren Eltern SUVs haben. So irgendwas einfach. So, wenn man da steht und sich einfach denkt, dass du dich über irgendwas empören kannst, Alter. So diese ganzen Links-Liberalen. Es ist nicht die linke Twitter-Bubble. Du musst da unterscheiden. Es gibt riesengroße Unterschiede zwischen Linken. Linke sind nicht Linke. Es gibt Linke, die sehr based sind und es gibt Linke, die sind scheißlost. Und die Grenze ist wirklich sehr verschwommen. So, du musst schon unterscheiden. Ja. Ja, mein SUV am Land. Voll, absolut. Ja.